Deutsch mit Julia Folge 23 Auf der Filmpremiere Auf der Filmpremiere Da Maxine, das ist Kieran. Schau, er kommt gerade die Rolltreppe rauf. Da, wo der Teppich endet. Da, Maxine, das ist Kieran. Schau, er kommt gerade die Rolltreppe rauf. Da, wo der Teppich endet. Ruft Elaine, als sie Kieran hinter all den Leuten am anderen Ende des Potsdamer Platz hochkommen sieht. Ruft Elaine, als sie Kieran hinter all den Leuten am anderen Ende des Potsdamer Platzes hochkommen sieht. Der sieht aber gut aus, meint Maxine, als sie Kieran sieht. Der sieht aber gut aus, meint Maxine, als sie Kieran sieht. Natürlich hab ich dir doch gesagt, antwortet Elaine. Und, bist du interessiert? Natürlich, hab ich dir doch gesagt, antwortet Elaine. Und, interessiert? Vielleicht, sagt Maxine noch unentschlossen. Vielleicht, sagt Maxine noch unentschlossen. Hallo, ihr zwei, sagt Kieran, als er endlich vor ihnen steht. Was ist denn hier los? Fragt er erstaunt und schaut sich die Schaulustigen und Fotografen an. Hallo, ihr zwei, sagt Kieran, als er endlich vor ihnen steht. Was ist denn hier los, fragt er erstaunt und schaut sich die Schaulustigen und Fotografen an. Das solltest du aber besser wissen, sagt Elaine. Du arbeitest doch beim Radio. Das solltest du aber besser wissen, sagt Elaine. Du arbeitest doch beim Radio. Ach so, das ist eine Filmpremiere, oder? Ach so, das ist eine Filmpremiere, oder? Genau, meint Elaine. Aber Kieran hat sich schon Maxine zugewandt. Hallo, du bist also Maxine. Ich habe schon einiges von dir gehört, sagt Kieran zur Begrüßung und schüttelt Maxine die Hand. Natürlich, freut mich auch, antwortet sie. Natürlich, freut mich auch, antwortet sie. Und gehen wir rauf und essen ein Kangaroo Steak, fragt Kieran mit vollem Ernst. Und gehen wir rauf und essen ein Kangaroo Steak, fragt Kieran mit vollem Ernst. Du kannst ja eines essen. Wir bevorzugen normales Essen. Nicht wahr, Maxine? Meint Elaine und geht voraus in das australische Restaurant. Du kannst ja eines essen. Wir bevorzugen normales Essen. Nicht wahr, Maxine? Meint Elaine und geht voraus in das australische Restaurant. Kommt hier hoch, Mädels. Dann können wir den Premieren Teppich vom Fenster aus beobachten. Lenkt Kieran die beiden jungen Frauen die Treppe hinauf. Kommt hier hoch, Mädels. Dann können wir den Premieren Teppich vom Fenster aus beobachten. Dann lenkt Kieran die beiden jungen Frauen die Treppe hinauf. Hey, das ist wirklich klasse! Meint Maxine, als sie oben Platz genommen und einen super Ausblick über das Geschehen unten im Hof haben. Ich nehme die Spaghetti mit Käsesauce, sagt sie zum Opa, der gerade die Bestellung aufnimmt. Ich nehme die Spaghetti mit Käsesauce, sagt sie zum Opa, der gerade die Bestellung aufnimmt. Für mich natürlich das Kangaroo Steak, meint Kieran und grinst. Für mich natürlich das Kangaroo Steak, meint Kieran und grinst. Autsch! Entfährt es Elaine, bevor sie einen großen Salatteller bestellt. Autsch! Entfährt es Elaine, bevor sie einen großen Salatteller bestellt. Autsch! Und was trinken wir, fragt Kieran. Und was trinken wir, fragt Kieran. Australisches Bier, natürlich, entscheidet Maxine rasch für alle. Australisches Bier, natürlich, entscheidet Maxine rasch für alle. Gut, dann drei große australische Bier, bitte, sagt Kieran zum Opa, der sich bedankt. Gut, dann drei große australische Bier, bitte, sagt Kieran zum Opa, der sich bedankt. Seht mal, da, ruft Kieran. Die blonde Frau, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber wer ist sie doch gleich? Seht mal, da, ruft Kieran. Fragt Kieran, als eine blonde Dame mit mittellangen, glatten Haaren aus einem großen, schwarzen Auto steigt und sofort von der Menge aufgeregt nach Autogrammen gefragt wird. Katlin Blanchard, erklärt Elaine, ohne aufzusehen. Ja, das ist sie in der Tat, ruft Maxine verzückt. Katlin Blanchard, erklärt Elaine, ohne aufzusehen. Ja, das ist sie in der Tat, ruft Maxine verzückt. Die Titanic ist zwanzig Jahre her, sagt Elaine gereizt. Aber dann kommt das Essen und alle lassen es sich schmecken. Die Titanic ist zwanzig Jahre her, sagt Elaine gereizt. Aber dann kommt das Essen und alle lassen es sich schmecken. Als sie fast fertig sind, kommen gerade die Hauptdarsteller an und posieren für Fotos vor den Fotografen. Als sie fast fertig sind, kommen gerade die Hauptdarsteller an und posieren für Fotos vor den Fotografen. Mann, die Teenies da unten freuen sich aber alle gewaltig, meint Kieran. Mann, die Teenies da unten freuen sich aber alle gewaltig, meint Kieran. Ich gehe mal runter und schaue mir das von der Nähe an, entscheidet er dann. Ich gehe mal runter und schaue mir das von der Nähe an, entscheidet er dann. Nur einen kurzen Moment später sehen Elaine und Maxine Kieran unten in der Menge, dann am Ende des Premieren-Teppichs. Was will er denn da? Wundert sich Elaine. Keine Ahnung, meint Maxine. Kieran spricht mit einem der Sicherheitsangestellten und geht dann an ihm vorbei hin zu den jungen Frauen am Kartenschalter. Dort spricht er angeregt mit einer jungen Brünetten. Na, der geht aber ganz schön ran, meint Maxine. Sieht so aus, sagt Elaine. Dann sehen sie Kieran ein paar Meter von den Frauen an den Schaltern weggehen. Er hält auf der Mitte des Premieren-Teppichs an und... Dann sehen sie Kieran ein paar Meter von den Frauen an den Schaltern weggehen. Er hält auf der Mitte des Premieren-Teppichs an und... Er tanzt einen irischen Tanz, oder? fragt Maxine Ungläubig. In der Tat, das ist Chano's Dancing, erklärt Elaine erstaunt. Er tanzt einen irischen Tanz, oder? fragt Maxine Ungläubig. In der Tat, das ist Chano's Dancing, erklärt Elaine erstaunt. Die jungen Frauen hinter den Schaltern fangen an zu lachen. Kieran hingegen amüsiert sich und wirft ein paar Kusshände in die Runde. Die jungen Frauen hinter den Schaltern fangen an zu lachen. Kieran hingegen amüsiert sich und wirft ein paar Kusshände in die Runde. Dann geht er zurück zu der jungen Brunetten am zweiten Schalter. Darf es noch etwas sein? fragt der Ober und schreckt Elaine und Maxine auf. Dann geht er zurück zu der jungen Brunetten am zweiten Schalter. Nein, danke, sagen beide fast zugleich und wenden sich wieder dem Teppichspektakel zu. Aber Kieran ist bereits verschwunden. Hey ja, hier bin ich wieder, ruft er laut, als er die Treppen zum Restaurant hochkommt. Hey ja, hier bin ich wieder, ruft er laut, als er die Treppen zum Restaurant hochkommt. Er wedelt mit drei roten Papierstücken in der Hand umher. Hier Mädels, Freikarten für die Premiere, ruft er begeistert. Das hast du ja mal wieder toll gemacht, Kieran, einfach mit den Mädels geflirtet, meint Elaine ein wenig zynisch, aber sie freut sich dennoch. Sie zahlen und mit Kieran im Arm gehen sie dann beide hinunter auf den Premierenteppich. Ein tolles Gefühl auf dem roten Teppich und der Film fängt gleich an. Ein tolles Gefühl auf dem roten Teppich und der Film fängt gleich an.